Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hatte die Idee, dass ich mal ein Video bringe, wo ich früher gewohnt habe, wäre es, wo ich heute wohne, also Dorf gegen Stadt oder halt nicht gegen, sondern einfach nur früher zu heute, so der Umzug halt. Ja, das habe ich ein bisschen schon in Deutschland in meinem alten Wohndorf gefilmt und hier jetzt auch ein bisschen. Das ist größtenteils auch so für mich gedacht, damit ich das alte Zuhause nicht vergesse, damit ich die ganzen schönen Ecken nochmal auf Video habe und alles in einem tollen Video zusammengeschnitten und so. Und da euch wahrscheinlich interessiert, wie es hier gerade so aussieht, wie es hier in Amerika, in Illinois ist, habe ich das natürlich so als Gegenpart gemacht und ich hoffe, euch gefällt's. Musik 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 Musik